Wenn Sie wollen, dass in der Kommunikationskultur in Ihrem Unternehmen alles so bleibt, wie es ist, buchen Sie mich bloß nicht. Wirklich. Weil bei mir wird das eher unbequem. Es gibt ein paar unbequeme Wahrheiten in meiner Kenaut über Kommunikation, über leere Worthülsen, über Machtverhältnisse. Wir verbringen so viel Zeit im Unternehmen, wir verbringen so viel Zeit beim Arbeiten und in hochineffizienten Meetings. Und nicht, weil wir nichts zu sagen haben, sondern weil wir nie das richtige Wort zur richtigen Zeit haben. Darum, wie wir das viel effizienter, viel besser und vor allem viel empathischer reden können, kümmere ich mich in meiner Kino zum Thema agile Kommunikation. Denn das ist ein Zauberwort, ohne aber, dass Sie bei mir in meinen Vorträgen irgendwelche sieben goldenen Regeln kriegen. Nein, Kommunikation ist ganz einfach. No rocket science. Aber man muss es einfach wirklich machen und umsetzen. Es ist sehr, sehr viel harte Arbeit. Und wenn Sie darauf Lust haben, wenn Sie Lust haben, gemeinsam mit Ihren Teams, mit Ihrem Unternehmen und mir zu arbeiten, dann buchen Sie Karin Borger, respektive mich über Karin Borger, zum Thema agile Kommunikation.